Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um den belgischen Staatsschutz, der ermittelt gegen Alibaba. Levi's muss die Prognosen erneut senken, Alphabet eröffnet das erste Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. Rheinmetall hat neue Aufträge durch die Bundeswehr bekommen, Tim Cook verkauft Aktien und zwar von Apple und zu guter Letzt geht es um GSK und eine Beteiligung. Ich würde sagen, dann fangen wir direkt an und zwar mit Alibaba, beziehungsweise genauer gesagt dem belgischen Staatsschutz. Denn der bekämpft aktuell mögliche Agententätigkeiten, beziehungsweise Manipulationsversuche durch chinesische Organisationen am europäischen Logistikdrehkreuz des Online-Händlers, also von Alibaba. Das wäre dann in dem Fall der Flughafen Lüttich. Auslöser der Ermittlungen sind tatsächlich chinesische Gesetze, die Unternehmen dazu verpflichten, Daten mit den Behörden, also Sicherheitsdiensten der Volksrepublik zu teilen. Die Alibaba-Logistik-Sparte Kainyao hat übrigens die Spionagevorwürfe zurückgewiesen. Kainyao hält sich an alle Gesetze und Vorschriften derjenigen Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist. Wie es hier nun also weitergeht, werden wir dann sehen. Man muss natürlich sagen, die Ermittlung wurde jetzt auch gerade erst eingeleitet. Kommen wir mal zu Levi's. Denn Levi's kürzt weiter die Prognosen wegen höherer Kosten. Es ist so, dass man nur noch von einem Nettoumsatzanstieg ausgeht von bis zu 1%. Zuvor hatte man noch damit gerechnet, dass der Nettoumsatzanstieg bei 1,5 bis 2,5% liegt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte jetzt nur noch am unteren Rand der prognostizierten Spanne liegen. Die lag bei 1,1 bis 1,2 US-Dollar, also jetzt eher in Richtung 1,1 US-Dollar je Aktie. Übrigens im dritten Quartal verbuchte man einen Erlösrückgang und zwar von 1,52 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 1,51 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal diesen Jahres. Ich möchte mal ganz kurz einschieben, unser Partner Scalable verschenkt aktuell Prime bzw. Prime Plus. Es ist so, dass ihr den normalen, den Free Broker haben könnt, aber auch den Prime bzw. Prime Plus Broker. Damit könnt ihr über 250 Euro immer kostenfrei traden, egal was. Außerdem bekommt ihr dort beim Prime Plus Broker dann nochmal 2,6% Zinsen pro Jahr auf ein Guthaben von bis zu 100.000 Euro. Insgesamt werden euch hier sowohl vom Prime bzw. Prime Plus Broker, wenn ihr euch jetzt anmeldet, ein halbes Jahr geschenkt. Die Kampagne läuft übrigens seit heute bzw. eigentlich seit gestern bis zum 5. November. Also wenn ihr euch in dieser Zeit dann anmeldet, bekommt ihr halt eben die 6 Monate geschenkt. Wenn ihr genauere Informationen dazu haben wollt, dann könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen in die Videobeschreibung, genauso wie den Link dann anklicken. Kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar zu Google bzw. Alphabet. Denn die eröffnen heute ihr erstes eigenes Cloud Rechenzentrum in Deutschland um 15 Uhr in Hanau. Die Anlage ist nicht für private Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern für gewerbliche Kunden, Referenzkunden sind hier die Commerzbank, der Automobilzulieferer, Fera und auch die Lufthansa Group. Die Anlage soll dabei helfen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu bedienen. Man möchte übrigens bis 2030 die Investition nochmal in Deutschland weit steigern und zwar auf insgesamt gut eine Milliarde Euro. Kommen wir mal zu Rheinmetall. Die haben nämlich neue Aufträge bekommen von der Bundeswehr. Es geht einmal um mehrere 10.000 Geschosse des Typs L15 für die ukrainischen Streitkräfte sowie 155 Millimeter Attalerie-Geschosse für die deutschen Streitkräfte. Die Lieferung soll im Laufe des Jahres 2024 erfolgen. Der Auftragswert beläuft sich übrigens auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Kommen wir mal zu Tim Cook. Der verkauft nämlich unter anderem seine Apple-Aktien. Es ist so, dass er 511.000 Anteilsscheine im Wert von insgesamt 87,8 Millionen US-Dollar verkauft hat. Nach Steuern hat er übrigens 41,5 Millionen US-Dollar verdient. Das ist auch der größte Aktienverkauf des Apple-Chefs seit rund zwei Jahren. Insgesamt hat er übrigens noch 3,3 Millionen Apple-Aktien, die haben einen Gesamtwert von 565 Millionen US-Dollar zumindest. Jetzt, das geht aus den SEC-Dokumenten hervor, also aus den Dokumenten der amerikanischen Aufsichtsbehörde oder Börsenaufsichtsbehörde. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserer letzten Nachricht und zwar GSK. Die senken ihre Beteiligung an Haleon weiter. Sie haben insgesamt 270 Millionen Aktien verkauft und den Anteil damit von 10,3 auf 7,4 Prozent verringert. Damit haben sie 885,6 Millionen Pfund eingenommen. Also man hat einen Preis je Stück von 328 Pens bekommen. Das ist ein Abschlag von rund zumindest 2,5 Prozent zum Schlusskurs vom Donnerstag. Dort lag die Aktie nämlich bei 336,25 Prozent. Übrigens, Pfizer hält weiterhin die Beteiligung von 32 Prozent. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Das würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.